hallo und herzlich willkommen bei let's play today ich bin's wieder euer tom thompson hier mit leon luca und isabel und irgendwo der andere noch keine ahnung wo und ja wir werden jetzt hier an der stelle weitermachen auf der map mit den städte textur paket und ja aber mal sehen was wir diesmal machen so wir werden auf jeden fall hier und hier schenke ich dir so du kannst ja mal mitkommen mit mich ja mit mich siehst du hier ist halt mein hier fängt das so an online kann man sozusagen hier dann hier vorne geht das weiter muss ist halt hier vorne noch offen natürlich und dann geht das hier so unter wasser wie das dann weiter dass das ganze muss halt noch weiter gebaut werden ich kann dir glas geben wenn du mitmachen willst oder du baust oder 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 du brauchst du halt jetzt erst mal ein haus ja du kannst du kannst auch von uns nehmen wenn wir was übrig haben muss halt vorher gucken und fragen was so drinnen ist beklau uns so na doch pass auf gehe gehe einfach bei mich ins haus erst mal das ist das wo du grad bist ich kann nicht schlafen weil ich irgendwo ein gegner habe was für Hilfe. Hilfe. Boah. So, wo ist die scheiß Spinne? So. Ja, ich hatte gerade kein Schwert in der Hand. Sonst hätte ich jetzt keine Hilfe gebraucht. So, jetzt geht's, glaube ich. Ja. Ich hatte noch ein halbes Herz. Ich konnte nichts mehr machen. Ich weiß gar nicht. Pass mal auf. Ich kann dir mal kurz noch was anderes zeigen. Das muss ich dir jetzt mal beweisen. Beweisen. Das muss ich dir einfach mal zeigen. So, pass auf. Wo bist denn du? Ja, genau. Wo, wo, wo? Da ist er. Der hat sich weggebiehnt da drüben. Guck mal, du Sau. Boah, der beamt sich hier. Bapp, 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 bapp. Wo ist er jetzt? Hä? Die Jagd nach dem Enderman. Hey, der, 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 der teleportet sich immer weg, der Wichser, ey. Kleiner Stricher. So, ne, okay, pass auf. Ich wollte dir mal was zeigen. Lauf mal. Ja, pass auf. Komm mal mit. Ich möchte dir mal zeigen, wie lange man sich, keine Ahnung, eine Stunde beschäftigen kann. Ja, hier, guck mal. Dafür, dafür braucht man eine Stunde. Glaubst du das? Ja, der, der, der Dragon schon. So, das sollte, ganz ehrlich, das sollte ein Hafen werden. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Bekommst du alles? Äh, ich kann dir nochmal kurz zeigen, wo du abbauen gehen kannst. Wenn du abbauen musst. Ähm, Eisen. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar welche. Ich habe welche. Ich habe 23 Stück. Ah, sowas kannst du. So. Ja, Leute, ähm, was machen wir jetzt? Ist die Frage. Was willst du denn da oben machen? Wir bauen weiter an unsere Glaskuppel. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hast du keine Karte? Ich bin halt gespannt wie das dann aussieht wenn das Wasser da raus ist, ob das dann wirklich so krass aussieht oder so cool aussieht wie ich mir das schon vorstelle. Na genau genau da wo es hier ist. Achso, du bist woanders, okay. Eine Feststellung. So warte mal jetzt. Jetzt möchte ich mal was gucken, so warte mal wenn ich das jetzt hier wegnehme. Jetzt ist die Frage. Okay. 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 Ich habe ein bisschen was. Ich habe ein bisschen Erde. Ich habe ein paar Sand, ich habe Sandstein, gemeißelter Sandstein, Sandstein Treppe und glatter Sandstein. So, wir schauen jetzt mal, wie das jetzt hier drüben aussieht. Ob wir das Wasser wegbekommen haben? Ob wir das Wasser wegbekommen haben? Ne, haben wir nicht. Jetzt ist die Frage, wie bekommen wir das Wasser jetzt hier weg? Was? So, okay, wartet mal. Ähm, das ist, warte, Moment. Da drüben, wo das Pferd angebunden ist. Du kannst auch bei mir mal reingucken, ich habe auch ein bisschen was. So. So, wir werden das jetzt einfach mal zubauen. Das sollte ja funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Wir müssen gucken, dass wir hier wieder rauskommen. Wir müssen hier rauskommen. Oh mein Gott. 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 Okay, wir sind schon unter Wasser. Cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du musst dein Haus bauen. Ich kann hier Enten von unten beobachten und sowas. Wie krass ist das denn? Nein, habe ich nicht. Das ist, irgendwie ist das schon irgendwie cool hier mit den Unterwassertunneln und so. Das sieht echt cool aus. Kann ja mal jemand durchlaufen, wenn es hell ist. Das ist voll stylisch. So, an der Stelle machen wir erstmal nicht weiter. Wir machen dann gleich weiter. Erstmal lege ich mich ins Bett. Ja, bitte. Ja, bitte. Warum geht ihr nicht schlafen? Ich liege hier so übelst im Bett. Hey, geht mein Bett wieder her. Ich, mein Bett wurde gestohlen. Und der wenn er mir noch wissen ist, dann spätst du. Ich glaube, ich bin, der Klaue, der Klaue, der Klaue. Siehste, das hast du jetzt davon. Das macht man nicht. Ich, ich liege im Bett, ich liege im Bett. Okay. Ja, apropos Karte. Gut, ich habe meine Karte noch. So, Leute, jetzt zeige ich euch das Ganze noch mal. Nicht wundern, ich sitze gerade ein bisschen weiter vom Mikro weg, falls sich das jetzt anders anhört. Ich muss mich einfach mal gerade machen. So, guck mal, das ist, so können wir von unten alles beobachten. Da sind Tintenfische, da ist ein Schleim. Und wir können Enten in den Arsch gucken, wenn wir das wollen. Doch, das sieht ganz interessant aus. Ich glaube, das wird so cool, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht musst du Steinhings herumbauen. So, hier willst du deine Karte wieder haben? Wo ist denn? Wer? Ach, du bist da ganz hinten. Pass auf, dreh dich mal, dreh dich mal. Gut, nee, zurückdrehen. Andere Richtung. Weiter, weiter, weiter. 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 In die Richtung. Da muss ich dir ja entgegenlaufen, warte mal. Ich kann dir deine Karte nicht geben, wenn ich hier einen Kilometer weg bin. Ey, das ist uncool. Na, guck mal. Wo bist denn? Wo bist du hier irgendwo? Uhu. Komm mal hierher. Uhu. Aha. Ah, hat dir schon eine Craftingbox hingestellt. Da ist hier die Karte. Habe ich sie jetzt eingesetzt? Das habe ich nicht mitgebracht. Ja, hier steht, hier steht aber, guck mal, hier steht eine Craftingbox. Hier? Okay. Das ist bestimmt von Isabel, von ganz am Anfang noch. Irgend an so einem Wasserfall steht eine Craftingbox. Ich brauche keine Karte, um zurückzufinden. Du musst ja eigentlich, du musst ja eigentlich, ich habe noch Kohle. Also ich habe keine weggenommen, wollte ich damit nicht sagen. Aber ich habe Kohle, ich habe welche gemacht mit Holz. Na hier, vielleicht hier. Mr. Schmuggelware war das bestimmt. Und hier, ja, hier ist Leder. Doch, hier ist Leder. Das hast du verloren. Hier sind deine, deine XP. Die kriechen ganz langsam zu mir. Jetzt habe ich sie eingesammelt. Ah, hier ist... Hm, toll, da war ein Stück. Das sieht aus, die Spitzhacke, alter. Wie wird es groß, warte ich. Hier, das war, glaube ich, deins. Hier, das kannst du da haben. Hier, das kannst du da haben. Das ist schon mal ein paar Fackeln. Dann hier. Kannst du dir eine Schippe bauen. Dann kannst du das hier noch haben. Und das hier kannst du noch. Ne, das ist ja kein Müll. Also es ist... Die Erde, ja vielleicht, die ist Müll. Aber das Rest dauern, gute Sachen dabei. Ne, ich habe ja... Da musst du halt Weizen und so. Ich verstehe nicht, warum hat er sich eine Holzachst angefertigt. Ich verstehe nicht, warum hat er sich Farbe angefertigt und dieses hässliche Grün genommen. Ich verstehe nicht, warum er eine zweite Craftingbox drin hat und ich verstehe schon gar nicht, warum er eine Schere hat. Für was? So, und du hast, äh, Kohle gesucht? Kohle hat er auf jeden Fall nicht. Also nicht deine. Ja, du kannst ein bisschen Kohle bei mir. Weißt du, weißt du, was ich meine? Den habe ich raus. Den habe ich raus. Der ist auch gar nicht mehr in der Welt. Den habe ich... Den habe ich gekickt. Alter. Den habe ich gekickt. So. Ich kann dir Glas noch geben, wenn du möchtest. Wenn du Scheiben bauen willst. Das ist ein Stack. Ein Stack Glas kann ich dir geben. Wo baust denn du? Ich sehe dich gar nicht auf dem Map. Ach, da hinten. Hier. Kannst du haben. Da kannst du dir ein bisschen Glas machen. Die Stelle zum Abbauen. Okay, komm mal mit. Warte mal hier. Bevor du losrennst. Nee, 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 nee. Warte mal hier. Du musst hier. Du musst hier hinter meinem Haus lang. Und dann geht es hier runter. Hier. Dann geht es hier runter. Hier. Da müsstest du ganz unten irgendwo ankommen dann. Da kommt... Da ist auch direkt eine Mine. Also eine richtige Mine. Haben wir da gefunden. Da solltest du einiges finden. Nee, nicht wirklich. Also du kannst echt mal komplett richtig gucken. Ich weiß das nicht. Wie gesagt, ich bin voll der Noob und so. Ach so. Okay, Leute. Meine Folge ist zu Ende. Moment mal kurz. Meine Folge ist zu Ende. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heiß ist. Mit der Rambats haben wir durch die Gamer Welt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018